So, und während jetzt der Arztlan dran ist, mit einer kleinen Grundrocknung, ich glaube, ich nehme das im Schmelzenprogramm auf, es ist so straxisch, Leute. Sitzen wir dann immer noch da, frisch verblühen. Das ist eigentlich schon für die Küche, aber das kann die Nase eben nicht vollziehen. Dem Vater geht das alles auf den Kuchen vorbei. Das tut man nicht alles schön lecker, ne? Und ein bisschen nach oben sitzen. Die zerschärfte Version ist dann Asan Peng. Peng. Schick.